Es sieht gut aus an den Märkten. Zumindest der DAX macht mal einen hervorragenden Eindruck. Trotzdem gibt es aber ein Aber, das wir im Hinterkopf halten müssen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Warum ist denn jetzt schon wieder was auszusetzen? Es sieht doch alles so schön grün aus. Tageskerzen, auch die heutige Tageskerze grün. Was wollen wir denn? 15.309 haben wir hier. Also 15.309, das ist eine gute Nachricht eigentlich, dass wir so schön uns jetzt wieder entfernt haben von diesen Tiefständen. Das sieht doch super aus. Aber jetzt male ich das mal mit meinen fetten Fingern hier hinterher und dann sehen wir, dass wir hier eine Aufwärtsbewegung haben. Und diese Aufwärtsbewegung sieht nach einem Impuls aus. Das ist die gute Nachricht. Die ist wirklich gut, aber sie sieht auch danach aus, als ob wir so langsam hier an das Ende rankommen. Denn nach der fünften Welle ist gerne Schluss. Es darf noch ein bisschen höher gehen. Also das ist jetzt kein Verbrechen, wenn er noch ein bisschen höher klettert. Aber klassisch ist halt eben, dass nach fünf Wellen erstmal eine Pause stattfindet. Die muss nicht ewig sein, die muss nicht riesig sein, aber Pause eben. Ja, was heißt ja nicht riesig sein? Als Orientierung sollten wir im Hinterkopf haben, tiefster Punkt hier, höchster Punkt im Moment ist es der Punkt. Das kann sein, dass der sich nochmal anpasst ein bisschen. Aktuell ist es allerdings dieser Punkt, der da relevant ist, als höchster Punkt hier. Und wenn wir hier mal unsere klassische blaue Box mit einzeichnen, dann sehen wir 38%, 50%, 61%. Ach, das wäre so ungefähr die Zielzone, wo der Markt dann runterfallen sollte oder dürfte. Ich sehe also eine realistische Chance, dass wir nach diesem Anstieg bald, vielleicht sogar sofort, hier einen Dreh hinbekommen, der uns in diese Zone reinführt. Was bedeutet das jetzt für diejenigen, die schon Bullish sind? Zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Variante eins ist, wir stoppen relativ eng. Zum Beispiel unter dem heutigen Tagestief oder vielleicht auf Intraday-Basis irgendwo. Können wir gleich nochmal kurz angucken. Das heißt, wenn der Kurs weiter klettert, alles safe. Wenn der Kurs jetzt tatsächlich da rein geht, sind wir frühzeitig draußen. Insoweit so gut. Nachteil ist, wenn wir Pech haben und das nur uns ausstoppt und dann doch nochmal weiter klettert, sind wir halt raus aus dem Markt. Allerdings, wir haben immerhin schon mal einen ganz schönen Gewinn für uns einkassiert. Je nachdem, wo ihr natürlich eingestiegen seid. So, zweite Variante. Ihr seid long und überlegt euch aber nicht so eng zu stoppen. Dann solltet ihr den Stop so legen, dass ihr diesen Rücksetzer in diese Zone überlebt. Also entweder unter dieses Tief, 14.625 ungefähr, oder aber von mir aus unter der 78.6er Marke. Die ist nicht perfekt, aber die ist eine ganz gute Orientierungsmarke, wo man das Ganze stoppen kann. Also, dann haben wir leider noch relativ weiten Stop und wir hatten ja mal als Einstiegsüberlegung diese Umkehrkerze hier genannt. Das ist ja schon viele Tage her. Wer das also genutzt hat, der wäre sogar dann noch leicht im Risiko bei dieser Überlegung. Da kann man sich jetzt überlegen, welche ist besser? Ich finde beide grundsätzlich gut, beide Lösungen. Die enge Lösung erfordert häufig ein bisschen mehr Aufwand, denn dann muss ich notfalls wieder reingehen. Wenn der Kurs dann korrektiv runterkommt, sollte ich hier wieder einsteigen. Habe aber den Vorteil, wenn das alles ganz anders kommt als geplant und der Kurs knickt dann doch nach unten weg. Das ist ja nicht unmöglich, auch wenn es nicht ganz typisch ist, aber unmöglich ist es nicht. Aber dann habe ich meinen Gewinn schon im Sack. Bei dem weiten Stop muss ich weniger aktiv sein, muss ich nicht neu einsteigen. Und im blödsten Fall verliere ich sogar noch eine Kleinigkeit. Nicht mehr wirklich viel, aber eben eine Kleinigkeit. Also ihr seht, beide Möglichkeiten sind logisch absolut nachvollziehbar, sind sinnvoll und bilden im Prinzip dieses Szenario ab. Ich weiß, viele wünschen sich, naja, du musst doch im Vorhinein wissen, welches die richtige Lösung ist, aber seid euch dessen bewusst. Wir sind keine Zukunftsseher, sondern wir sind als Händler, als Trader, Gestalter einer ungewissen Zukunft und überlegen uns, welche dieser beiden Varianten gefällt uns besser. Will ich noch ein bisschen mehr die Chance offen lassen, muss der Stop weiter weg, habe aber noch ein bisschen Restrisiko. Oder bin ich aktiver, kann also notfalls auch wieder reingehen, wenn der Kurs mir ein neues Einstiegssignal bietet hier. Dann kann ich ja Gewinne notfalls mitnehmen, falls er nach unten geht und steigt dann halt wieder ein. Auch ja eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Wir können noch mal im 15 Minuten Chart gucken, wie es da aussieht. Aktuell gibt es noch keine Anzeichen für den Dreh. Ihr seht hier das große Bild hier. Ich zeichne das nochmal nach. Das ist das fünfwellige Modell, was ich euch eben gezeigt habe. Hier hinten die Bewegung unter der Lupe 1, 2, 3, 4, 5 und hier hinten das Ding 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde mich also nicht wundern, wenn wir tatsächlich so langsam, aber sicher hier dem Ende entgegen gehen. Noch haben wir hier die Tails auf diesen Kerzen alle auf der Unterseite. Das ist noch kein Druck. Der Markt versucht es zwar schon auf der Abwärtsseite, aber man sieht schon, dass die Marktteilnehmer sofort wieder hochkaufen das Zeug. Also wir sehen, der Kurs war ja mal hier unten, aber es wird sofort wieder hochgekauft. Also Tails auf der Unterseite sprechen im Moment noch nicht für die Short-Seite, aber rechnet damit. Also keine Panik, nicht in super Sorge verfallen, aber nicht überrascht sein, wenn dieser Rücksetzer kommt. Er wird immer realistischer, denn patternmäßig, also von diesen Verlaufsmustern, wäre das gar nicht so untypisch. Und sind wir mal ehrlich, nach dem, was er jetzt hier geleistet hat, dürften wir ihm ja auch ein Päuschen gönnen. Wenn die Pause dreiwellig ist oder anderweitig korrektiv, ja, dann würden sich daraus hier, also zum Beispiel dreiwellig oder alternativ von mir aus auch irgendwas, was sehr wackelig da unten reingeht, aber schön unterscheidbar. Der Anstieg stark, der Rücksetzer wackelig in die blaue Zone, dann böten sich dann hier wieder neue Einstiegschancen. Wenn das nicht wackelig runterkommt, das ist ja nicht sicher, dass das passiert, stellt euch vor, der fällt dann runter. Dann bin ich froh, dass ich hier oben Gewinne mitgenommen habe, denn dann ist das Long-Szenario vorläufig erstmal obsolet. Dann muss man hier unten mal gucken, ob wir mit diesem irgendwie was anfangen können. Aber keine Sorge, das machen wir dann in einem der nächsten Index-Updates am Nachmittag. Wie sieht es für den Amerikanern aus? Gehen wir mal auf den Dow Jones. Ich gehe hier auch mal erst mal auf den 4-Stunden-Chart, um uns so einen Überblick zu verschaffen. Und dann sehen wir, guck mal, alles noch mal weg hier, dann sehen wir, jawohl, schöner Anstieg. Da haben wir ja gestern schon drüber gesprochen. Wir sehen aber auch, dass wir im Rahmen dieser Widerstandsmarke, die wir hier haben, also das ist so eine Widerstandszone, muss man sagen. Ihr seht, hier hatten wir so ein bisschen was, da hatten wir so ein bisschen was. Das ist jetzt rein aus diesen Hochs und Tiefs hier mal. Jetzt mal, also hier seht ihr das, das Tief, das Hoch, das da. Ja, da ungefähr könnte so was sein. Man kann auch noch mal Fibonacci mit zur Rate ziehen. Das ist meistens kein Fehler. Und dann sehen wir, okay, hier ist auch noch mal ungefähr die 50er Marke. Also ich würde mich nicht wundern, wenn er jetzt in dieser Richtung den Vortrieb verliert und die Marktteilnehmer erst mal nach unten sich orientieren. Und tatsächlich ist es auch genau das, was die Marktteilnehmer hier tun. Ihr seht, die Bewegung ist im Schwung erloschen nach oben. Also das, was ich beim DAX gesagt habe, bald rechne ich damit, aber es war noch nicht wirklich zu erkennen, dass sie drehen wollen. Das sieht hier schon eine Stufe weiter aus. Gehen wir mal um 15 Minuten Chart und dann sehen wir auch schon, dass die Marktteilnehmer hier Schub runter, wackelig hoch. Allerdings sehr hoch. Das muss man ihnen zugute halten. Ja, also so richtig kraftlos sind sie noch nicht. Und wieder runter. Das wäre für mich eigentlich schon ein Short Signal gewesen. Ja, Short Signal ist ja sowas. Es wackelig hoch und dann noch mal hier runter. Aber viele von euch wissen das. Für mich ist die 78er Marke aus statistischen Gründen relativ relevant. Und jawohl, das ist hier eine Korrektur. Ja, ich suche also Short zum Beispiel hier an der Stelle Short. Aber wir sind über die 78er und deshalb ist das hier also an dieser Marke kein Short Entry, weil wir da so hoch sind. Das hat was mit Statistik zu tun und mit dem Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, meine Zielerwartung, ich erwähne das ja immer wieder, ist ja das, was wir vorne haben, da hinten nochmal. Jetzt kann man ihm ja nicht vorwerfen, dass das hier überhaupt nicht geklappt hat. Wir sind ja fast bis ran gelaufen. Aber das Problem ist, wenn ich hier dann erst einsteige an der Stelle, dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis nicht so toll. Vielleicht ist ein oder andere an der Stelle da oben hier eingestiegen. Ja, ich finde es wie gesagt nicht so toll, wenn er über die 78er, also für uns ist das ein No-Go, wenn er da drüber ist. Über der 78er ist ein Einstieg hier aufgrund dieser Geschichte für uns kein Thema mehr. Aber das kann ja jeder ein bisschen anders sehen. Das ist bei uns so im Regelwerk mit drin. Aus statistischen Gründen und eben, weil das Chance-Risiko-Verhältnis regelmäßig nicht mehr so doll ist. Trotz alledem, dieses Verhaltensmuster ist immerhin schon da. Und jetzt wird es spannend werden, denn wir sind ja relativ stark auf der Abwärtsseite. Also hier war es schnell auf der Abwärtsseite, hier war es schnell auf der Abwärtsseite. Jetzt ist es spannend, ob wir hier jetzt wackelige Korrekturen bekommen. Also wackelige Aufwärtsbewegungen, sprich Korrektive. Dann sind das weitere Chancen für die Abwärtsseite. So und jetzt gehen wir wieder in das große Bild, denn es ist genau das, was wir beim DAX im Prinzip eben angedacht haben. Na ja, dann lass den armen Kerl doch, guck mal hier, die Marktteilnehmer. Sie haben doch so tapfer hier alles gekauft. Dann lass sie doch mal ein bisschen runterkommen. Und genauso wie der Fibonacci in die Zielzone. Wenn er da hinkommt, wenn er hier in diese Zone rein korrigiert, dann wäre das für mich eine optimale Situation. Also vielleicht irgendwo hier, wenn wir hier ein Umkehrsignal bekommen. Das kann man ja immer im Blick haben. An der Stelle dann versuchen Long zu gehen oder alternativ an der Stelle, wenn er das Zwischenhoch eben durchstößt. Beides finde ich in Ordnung. Beides ist für mich absolut in Ordnung. Das sind klassische Szenarien. Nicht zu tief, also auf keinen Fall unter die 78er. Gerne in der blauen Box. Nicht zu hoch. Ist mit der Wahrscheinlichkeit noch so ein bisschen offen. Ganz klar Unterscheidung. Das muss viel schwächer sein als das. So wie ich es jetzt gezeichnet habe, wäre das der Fall. Es kann auch dreiwillig wie hier A, B, C zum Beispiel sein. So ein bisschen zu kurz hier vom Rücksetzer. Aber von der Form her, dann sind das ganz gute Orientierungspunkte für eben nochmal die Bewegung. Also Schlusspunkt. Ich rechne damit, dass wir auch im Zuge dieser Widerstandszone so langsam in die Pause kommen, dass wir dann einen Rücksetzer in die Lieblingszone hier. Ich habe es jetzt nicht explizit genannt, aber ihr könnt es ja hier im Video immer ablesen. 33,600, von mir aus 33,100, 33,050, 100, irgendwie ein bisschen höher, ein bisschen tiefer ist schon okay. Aber nicht mehr die 78er, die liegt bei 800, 32,800 ungefähr. Wie sieht es aus mit den Kollegen S und P? Naja, was soll ich euch erzählen? Das ist das Gleiche. Das ist übrigens die Skizze, ich glaube sogar noch von gestern. Was ist passiert? Nicht wirklich viel, außer dass man hier sich nochmal verausgabt hat, im Nichtstun. Ja, da haben die Marktteilnehmer gesagt, ja nochmal Hinweis, das sieht aus wie ein Ending. Die Marktteilnehmer, es sieht korrektiv aus hier in der Aufwärtsbewegung, korrektiv aber in Trendrichtung. Es ist ja noch steigend. Korrektiv und Trendrichtung ist ein klassischer Begriff Ending Diagonal und weist darauf hin, dass die Trendbewegung zu Ende ist. Trendbewegung war aufwärts. Also auch hier gibt es Anzeichen dafür, dass wir bald mit dieser Aufwärtsbewegung zu Ende sind und erstmal in die Pause müssen, sprich erstmal nach unten. Ja, ihr seht, das geht alles hier Hand in Hand und ihr erahnt es. Ja, ich lasse mal die Skizze nochmal auf mich wirken oder auf euch vor allen Dingen, auf uns alle wirken. Das ist noch von gestern, da hat sich noch nicht wirklich viel getan, außer dass er noch ein paar Stunden einfach langweilig zur Seite gelaufen ist. Die Überlegung ist, dreht er an dieser Stelle, er hat die beste Chance dazu. Der Rest ist hier Pascal'sche Kunst, Picasso'sche Kunst meine ich, dass der Kurs jetzt hier vielleicht ein bisschen in diese Richtung da reinläuft. Tiefster Punkt, wo auch immer der höchste ist, unterstellen wir mal da und dann in diese Zone hier eben reinläuft. So, für alle Freunde des Longs, wer jetzt Long ist, keine Panik, kein Drama, alles was ich jetzt auf der Abwärtsseite sage, sage ich völlig ohne Panik. Es kann natürlich deutlich runtergehen, aber es gibt dafür im Moment keine Anzeichen. Denn anders als hier, da hatten wir ja auch schon eine Aufwärtsbewegung, die war aber klar korrektiv, das konnte man an den Überschneidungen sehen. Daher war hier die Fortsetzung nach unten sehr realistisch. Hier sind wir aber sehr dynamisch nach oben und wenn wir hier korrektiv runterkommen und dann die Oberseite triggern, dann ist es die Longseite. Denkt also daran, entweder das Stop so weit, dass ihr diesen Rücksetzer in diese Zone locker überlebt, also nicht nur ihr, sondern auch die Position, oder den Stop ganz eng, dass ihr sagt, das will ich nicht, diesen Rücksetzer. Ich kann ja dann versuchen, tiefer nochmal einen neuen Versuch zu starten, einfach aus Sorge, dass er vielleicht nach unten geht. Beides ist legitim. Das Weite hat den Nachteil, ihr gebt wieder vieles möglich ab von eurem Gewinn, falls es falsch läuft. Der enge Stop sichert euch den Gewinn, gibt euch die Chance vielleicht auf einen neuen Einstieg, aber den müsst ihr dann auch aktiv wieder finden. Wer also weniger häufig drauf gucken kann, der ist wahrscheinlich eher gewogen zu sagen, ja gut, dann nehme ich halt den Stop ein bisschen weiter weg. Den Stop hier auf halbe Höhe zu machen, finde ich nicht besonders smart. Das kann zwar reichen, wenn es zufälligerweise nicht so tief runter geht, aber ein typischer Rücksetzer landet nun mal in dieser Box und dann ist es blöd, wenn ich dann genau ausgestoppt werde, wenn er da ist, wo er landet und dann geht er noch ein bisschen tiefer, weil es auch noch recht wahrscheinlich ist und dann dreht er, ich bin aber ausgestoppt, mittendrin. Deshalb entweder eng und häufiger aktiv werden oder weit und gegebenenfalls ein bisschen Risiko noch haben, dass man vielleicht doch noch ausgestoppt wird und eben nur einen kleinen Gewinn dann mitnehmen kann. In der Hoffnung, dass euch das hilft bei euren Handelsentscheidungen, für eure Überlegungen, für eure, sagen wir mal, emotionale Beruhigung eben auch. Okay, wie kann man das Ganze aktuell sehen? Das ist aus meiner Sicht jetzt erstmal vorläufig das Bild, was ich jetzt hier erwarten würde, für zumindest mal so die nächste Zeit. Und wie wir mit solchen Situationen umgehen, nicht weil wir wissen, was passiert, sondern weil wir sagen, in dieser Unsicherheit haben wir aber eine Idee, wie wir das so gestalten, dass es zumindest mal nicht schlimm ist, auch wenn es vielleicht nicht immer perfekt ist. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.